Hallo liebe Phoenix BlueSport Freunde, der Marco hier zurück mit einer weiteren Produktvorstellung. Ich möchte euch heute ganz gerne unsere neue Wurfmatte ans Herz legen, beziehungsweise ein wenig erklären, euch ein paar Details geben. Zunächst einmal, die Matte an sich ist aus einem Verbundschaumstoff mit einer Vinyloberfläche, glatt, also sehr reibungsarm. Ja, an sich zu den Maxen, wir haben eine Dicke von 15 cm, in der gesamten Fläche haben wir eine Länge von 2,44 m und eine Breite von 1,50 m. Durch das Zusammenklappen kann ich sie natürlich in der Länge dann auch dementsprechend variieren auf die Hälfte, habe dann aber auch dementsprechend etwas mehr Höhe. Ja, ganz kurz zu den Einsatzmöglichkeiten. Die Wurfmatte, so wie sie schon sagt, ist für das reguläre Wurftraining halt zu nutzen, als auch für Akrobatiktraining in Kinderkursen, da wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit im Falltraining braucht, ist es optimal einzusetzen. Aber nicht nur in diesen Bereichen kannst du deine Mathe nutzen, sie ist auch sicherlich möglich in deinen Fitnesskursen, in deinem Zirkeltraining. Da gebe ich dir ganz kurz ein paar Ideen, Anleitungen, wozu du die Mathe nutzen könntest. Belegen Sie mal ganz kurz hin, zunächst noch zusammengeklungen. Dadurch habe ich eine Höhe von 15 cm x 2, also 30 cm. Du siehst, die Mathe ist relativ leicht zu transportieren, auch gut zu verstauen. Wir haben Griffe halt für die Transportmöglichkeiten, als auch die Entlüftungsschlitze, das siehst du auch im Video. Gut, wozu ist die Mathe jetzt zu nutzen? Ich könnte sie halt in meinen Zirkel einbauen, mit mehreren Personen, um hier ein Sprungtraining zu machen, in Kniebeugen zu bleiben, auf einem instabilen Untergrund. Auch auf der Mathe könnte ich üben, also hier meine Kniebeugen machen, oder meine Ausfallschritte, als auch Stabilitätstraining oder Quicktraining, alles auf einem instabilen Untergrund. Sicherlich ein sehr gutes Training für stabilisierende Muskulatur, Gleichgewichtssinn, Motorik etc. Ja, all diese Übungen kann ich halt auf der Mathe ausführen. Ich kann auch meine Liegestütze darauf machen, meine Dips, mein Krafttraining. Also es gibt eine große Anzahl von Möglichkeiten, aber da sind deiner Kreativität sicherlich dann auch keine Grenzen gesetzt, was da zu tun ist. Ansonsten zur normalen Nutzung der Mathe. Du siehst, wir haben sie zusammengeklappt, dementsprechend können wir sie natürlich auch aufklappen, haben dann die volle Größe der Mathe, die 2,44 Meter Länge, als auch 1,50 Meter Breite. Auf der Mathe an sich, wie gewohnt, mache ich dann mein ganz normales Wurf-Fach-Training etc. All meine Übungen. Du siehst also, diese Mathe hat eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Das einmal in Kürze hier zusammengefasst. Wenn du weitere Informationen möchtest, A zur Mathe oder B zu weiteren Produkten für Phoenix Budosport, kontaktiere uns bitte Facebook, E-Mail, Website, Telefon. Wir sind da gerne für dich da, helfen gerne weiter. Ansonsten bin ich zunächst raus, bis zum nächsten Video. Der Marco, Phoenix Budosport, Qualität zu Fehl und Preisen.